Für mich ist der Accordial Cup, da ich auch schon mehrere Jahre dabei bin, als Mama und als Trainer, Frau, eines der speziellsten Anlässe, die ich kenne, weil es ist immer eine große Freude, es ist familiär, es ist eine top, wie soll ich sagen, ist top organisiert, also ich kann nichts Negatives sagen, einfach nur wunderschön. Wir haben uns im Accordial Cup im Qualifikationsturnier angemeldet, wir machen schon seit Jahren mit und es ist erstmal ein super organisiertes Turnier und man kann sich mit internationalen und nationalen Mannschaften messen. Wir sind jetzt beim diesjährigen Turnier ins Finale gekommen und haben mit Glück das Penalti-Schiessen 11 zu 10 gewonnen. Das ist natürlich für die Jungs ein riesen Erlebnis und jetzt können wir da in Kiezbühel im Finale teilnehmen und da probieren wir so gut wie möglich mitzuhalten. Das Wichtigste ist, dass es für die Kids ein Erlebnis ist oder sein wird. Und ja, wir probieren den Großen im Bein zu stellen und so weit wie möglich zu kommen. Das ist die